Hallo, hier ist Ronja und heute gibt es eine neue Folge Alltag. Mein kleiner Billy ist letztes Mal verschwunden, aber jetzt ist er wieder da und ich weiß nicht genau warum, aber ich freue mich sehr. Das ist schön, dass du wieder... Okay, warum kommen aus meinem Bad Geräusche? Hallo? Deathlef! Nein! Nein, raus! Nein! Nein, nein, nein! Gott, warte! Deathlef! Was? Deathlef! Es ist nicht lustig, bitte verlass diese Wohnung jetzt. Nicht durch den Durchbruch in meinem Klavierzimmer? Was? Okay. Willst du mir irgendwas sagen, Billy? Ist irgendwas? Ich folge jetzt einfach mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier los ist, aber es scheint mich irgendwo hinführen zu... Okay, da ist der Vater von Billy Wars, glaube ich, letztes Mal, aber der hat tatsächlich geredet. Diesmal ist es mehr so eine Art gemeinsamer Austausch in Sprache, in Anführungszeichen. Ähm, ist alles okay bei euch beiden? Kann man irgendwie... Dass sie das kennt, ist, glaube ich, auch neu, aber vielleicht hat er sich dann nur zurückgehalten, um nicht zu offensichtlich zu sein. Ist das so, ja? Okay. Dann folge ich dir jetzt einfach... Ich mache mal die Tür zu, nicht, dass sie... Obwohl, das macht nicht wirklich einen Unterschied. Wieso ist denn hier alles zu... Also, wo kommt denn dieser Durchbruch her? Äh, was? Oh Gott. Äh, ich trau diesen Detlef nicht. Wo ist denn Sie mieten? Schönen guten Tag, äh, Herr Vermieter. Ich habe da ein kleines Problem. Sie müssen wieder doch noch zahlen. Das wissen Sie schon. Bezüglich der Miete, ich würde... Ähm... Bitte nähern Sie sich Billy nicht allzu nah. Das ist... Der ist sehr gefährlich. Auch vor allem für Menschen. Wer hat du gar nicht, Kurt, hier? Komm jetzt! Bitte greifen Sie... Ich hoffe, es ist jetzt verbunden, es ist gegen das Milchschutzgeschäft. Nicht an, er versprüht Gift. Ähm... Die... Ähm... Ist die Arbeit! Äh, okay. Ich wollte generell... Ich wollte mal mit Ihnen sprechen, wegen einer Ausnahmeregelung, was die Haustiersituation hier betrifft. Und zwar... Wir klären... Äh... Alles klar. Jetzt ist der Fahrstuhl auch nicht mehr da und der Vermieter ist aber trotzdem in den Fahrstuhl gesprungen. Das ist tatsächlich leider nicht untypisch für dieses Haus. Billy, wo... Wo möchtest... Oh mein Gott. Billy, wo möchtest du hin? Wo möchtest du hin? Ich folge dir, okay? Lauf dir hinterher. Du hast hier... Either way, die Treppen richtig, richtig schick. Die wurden wohl neu gemacht hier neulich, aber es sieht auf jeden Fall sehr schnieke aus. Ich bin mir ehrlich... Also, ich bin sehr verwirrt, aber das ist ja 99% der Zeit so, wenn ich in diesem Haus hier lebe, weil alles einfach voller... Wahnsinniger ist. Okay, wir gehen raus. Schu... Was? Ähm... Ich weiß jetzt nicht genau, was auf dem Schild steht. Ich mach ja einfach mal zu. Man soll ja auch... Hi! Hallo? Hallo? Ähm... Hi, wie heißt du? Ich bin Ronja. Und du? Hi! Ich bin's die Ronja! Ähm... 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 Es kann... Kann das sein, dass es da einfach... Das ist richtig cool! Ähm... Es ist... Die kann da vielleicht eine Verwechslung... Oh, die hat einen Freund gefunden, oder? Verliegen... Woher... Woher wissen sie, dass der... Oh, das ist auch eine Koala? Dass der Billy heißt! Stopp! Meiner heißt Billy! Nein, meiner heißt Billy! Entschuldigung? Ähm... Ähm... Was hast du mit Billy gemacht? Was hab ich mit Billy gemacht? Ja, wie ist das besonders denn? Langsam wird's hier verrückt. Also, bitte legen Sie sich nicht mit meinen Koalern an. Ich weiß nicht, wer sie sind. Okay. Lass uns gehen, Billy. Die sah aus wie ich, nur hatte sie regenbogenfarbene Haare. Ich mein, warum sieht die aus wie ich? Ich hab... Was? Warum hatte die auch eine Koala? Was? Ist das so eine Art verrückter Paralleluniversumskram, der hier gerade abgeht? Ich... Langsam denke ich echt, ich sollte in eine andere Stadt ziehen. Das hier ist... Das kann nicht gut für meine mentale Gesundheit sein. Das ist... Langsam wird's... Wird's... Es wird auch immer nicht besser, ne? Okay. Ja. Ich stimme dir absolut zu, Billy. Ich stimme dir absolut zu. Es muss verstörend gewesen sein, so ein Spiegelbild von dir zu sehen. Hier, ich hätte schwören können, dass wir hier vor letzter... Also, vor ein paar Tagen war hier noch ein Autohändler. Jetzt ist hier auch nichts mehr. Das ist diese Stadt. Ja? Diese Stadt verändert sich alle fünf Sekunden. Ich weiß nicht, was hier los ist. Alle wären... Keine Ahnung. Billy war weg. Dann war Billy wieder da. Dann war Billy ein Agent der siebten Galaxis. Jetzt scheint er wieder ein normaler Waschbär zu sein, der aber Gifts versprüht und mit so einer Laserkanone und irgendwelche Fledermäuse abschießt. Billy, Billy. Die haben dir nichts getan. Und er ist einfach richtig mordlustig geworden. Ich hab wirklich... Ich hab keine Ahnung. Wohin sind wir überhaupt unterwegs? Das ist eine weitere Frage, die ich mir hier stelle. Aber ich... Also, ich mein, ob ich ihm jetzt folge oder nicht, es kann nicht viel schlimmer werden. Hier ist so eine Art verlassenes Gebäude. Und der Maschenradzaun verheißt auch nicht wirklich was Gutes. Aber... Äh, okay. Hi! Du siehst aus wie ein normaler Charakter. Hi! Wie geht's? Ähm... W... Was bewachst du hier? Yomai, ich arbeite für die Mafia. Yomai. Ich musste mir einen neuen Job suchen. Äh, Yomai. Ich kann immer noch nicht lesen. Okay? Für... Okay, stopp. Ich arbeite für die Mafia. Sollte das nicht einfach der Punkt sein, in dem man sagt, alles klar, wir drehen um. Ab zurück in unser Irrenhaus. Nein? Nein. Okay, dann, dann, dann gehen wir jetzt hier mal hin. Schönen guten Tag, Mr. Katze. Nein, du darfst mich nicht streicheln. Alles klar. Hallo, Herr Hühnchen. Komm mir nicht mit der Frage, was war zuerst da? Hatte ich nicht vor, ich wollte hier niemanden... Äh... Äh... Hallo? Knochen. Alles klar, hier, äh... Knochen. Bitteschön, ich krieg's wieder. Bitteschön, ich krieg's wieder. Genau, genau. Ähm... Okay. Wissen Sie zufälligerweise, wo wir uns hier befinden? Ja, wissen Sie. Wollen Sie uns, äh... Mal reinführen, vielleicht? Können Sie uns mal zeigen, was hier eigentlich... Das ist eine Ziege? Jo. Schön sieht es hier aus. Ein Klavier und Kerzenleuchte und ein Schweinmann und ein... Äh... Was ist der Sch... Äh... Ähm... Okay. So, das ist alles sehr interessant und auch auf eine verrückte Art und Weise... Moment. Das ist aber tatsächlich ein Regal. Hier ist so eine Art geheimes... Ähm... Labor. Hier ist irgendjemand tot. Was? Aber er bewegt sich. Also ist er nicht tot. Also ist er nur... Nach dem Blutfleck zu urteilen, hat er eine Verletzung am Fuß? Würde ich jetzt einfach mal sagen, aber es könnte sich auch einfach um irgendeine Art von Drogenlabor handeln. Was Sie da machen? Ah, schönen guten Tag. Ich bin hier auf Verdacht meinem kleinen... Wer Sie sein! Sie sein Praktikant für Mafia hier, ja? Ja, ich sein Praktikant für Mafia hier. Na. Da. Was sein das? Sein mein Assistent für Mafia. Sein. Äh... Persönlicher Assistent, Sie wissen. Mitkommen. Genau, ich bin mitkommen. Ich spiel jetzt einfach mal mit. Ich hab das Gefühl, sonst sagt mir hier niemand was. Äh... Ich mich dafür setzen. Job schon erledigt? Äh... Da. Job sein erledigt. Alles zu Ihren Wünschen erledigt. Leiche weggebracht? Ist alles sich gekümmert. Ah, ja, ja. Ja. Dimitri. Richtig. Ich sein Dimitri. Der Assistenz sein Dimitri. Brautbär. Ah, ja, ja, ja. Richtig, richtig. Ähm... Zweite Halle. Rot. Ausschalten. Ausschalten. Mitarbeiter. Nicht zuverlässig. Ausschalten. Äh... Okay. Ausschalten, sonst Kopf ab. Ausschalten. Ich bin dabei. Zweite Halle. Okay. Ich hab das Gefühl, ich krieg hier langsam Stress, wenn ich hier nicht nach... Ich weiß nicht mal, wo die zweite Halle sein soll. Der hat mir jetzt hier einfach eine Shotgun in die Hand gedrückt. Das ist ja... Aber es wird ja verrückt. Willi, wo bist du überhaupt? Wo willst du hin? Ja. Okay, ich fall... Ich will hier jetzt eigentlich niemanden umbringen, wirklich. Ich hab jetzt aber hier diese Shotgun dabei und... Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Also, die Leute hier sind wirklich gruselig und so kann ich mich wenigstens selbst verteidigen. So wirklich vielleicht wie einer von ihnen. Ein bisschen bedrohlich gucken. Ein bisschen so... Ja. Der russische Akzent, es liegt mir noch nicht so ganz, aber... Oh, der ist ja riesig, der Kerl. Ähm... Tag, Tag, die Herren. Wir müssen hier mal vorbei. Es scheint so eine Art... Ähm... Arbeitet Detlef für die Mafia? Billy, was? Arbeitet Detlef für die Mafia? Hi. Hey... Hey, Boss? Äh... Richtig. Ich bin euer Boss. Richtig, richtig. Ähm... So. Ich möchte hier erstmal... Äh... Geh kurz... Äh... Zwei... Billy. Billy, du lässt unsere Täuschung auffliegen. Das ist nicht... Hier geht's rein? Tag, die Herren. Äh... Oh mein Gott. Detlef! Hallo. Detlef, komm sofort darunter. Ich... Ich möchte mich nicht wiederholen. Ich zähle bis drei. Und dann kommst du hier... Und... Aber du vorsichtig. Du kletterst darunter, ohne dich zu verletzen. Haben wir uns da ver... Das Problem hat sich gerade... Hat von selbst erledigt. Ähm... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Wieso ist er überhaupt hier? Warum macht... Warum taucht Detlef immer an den verrücktesten Orten auf? Du sagst, ich soll da durch. Okay, kann ich hier einfach die Wand einschießen? Nein, das geht nicht. Aber du sagst, wir sollen hier durch. Also Detlef ist da... bei dem Pool. Oder bei der Ich weiß ehrlich gesagt Ich hab das Gefühl, Billy will mir irgendwas sagen Aber ich weiß nicht was Detlef Ja genau, mach das Das scheint mir eine gesunde Art Des Ausgleichs für dein Fehlgeleitetes Verhalten zu sein Das ist das Meer Ja, ich weiß Ich weiß Okay, weißt du was Wo wir gerade hier sind Ich würde einfach sagen, wir gucken uns das mal an Wir sind jetzt hier, wir sind hier hergelaufen Ich hab dir so ein Shotgun in die Hand Scheinbar denken, Leute, ich bin ihr Boss Ich würde jetzt einfach gerne einmal hier durchlaufen Und mal schauen, was es hier so gibt Hier ist eine Tür, wo führt die hin Da waren wir schon, okay Und zwar das erste Hauptgebäude Der Chef hat mir gar nicht gefallen Ich würde sagen, wir konfrontieren den Wir sagen, ey, so springst du nicht mit uns um Freundchen Und dann klären wir die Sache, ja Ich möchte hier nicht mich unterbuttern lassen Hier der Schweinebämmann Der scheint mir nicht übelgesinnt zu sein So Ja Hier Was denn? Giraffe Richtig, eine Giraffe Die sind nicht untypisch für die Hafengegend Habe ich mir sagen lassen Da kommen immer mal wieder Giraffensichtungen zustande Und das ist scheinbar ganz normal Mein Haustier Der Koala Slash Alien Frag mich was Scheint einer der normaleren zu sein In dieser Stadt Das müsst ihr euch mal überlegen Er erschießt gerade mit Gift-Laser-Sachen Auf Fledermäuse In einem Hafen Und er ist der normalere Richtig? Okay Wir gehen jetzt hier mal rein Ja Wir bedrohen jetzt besagten Chef Und wir sagen jetzt einfach mal Stopp Stoppen Sie den Wahnsinn So kann es nicht weitergehen Sie können hier keine Geheimdrogenlabore mitten in der Stadt haben Wo zwei Kilometer davon Ein Autohändler ist Das ist nicht in Ordnung Das ist Nein Ich bin ein ehrenhafter Bürger dieser Stadt Und ich richte das nicht Und mir gefallen Also nein Nein Richtig Das lassen mir uns nicht gefallen So Schön Guck mal Der scheint zum Beispiel Äh auch freundlich zu sein Er verteilt hier Kekse Das scheint mir so eine Art Krieg Krieger Das ist natürlich schwierig für Billy Weil er hat eine Schwäche für Kekse Das heißt Er wird ihm jetzt so lange folgen Bis Die Kekse ausgehen Aber Das scheint nicht so bald Der Falze Was Also Billy Billy Guck mal Kekse Kekse Komm zurück Billy komm her Komm her Komm her Ich bin mir ziemlich sicher Dass Orcas ins Meer gehören Und nicht auf die Straße Aber Ding Das ist eigentlich ein netter Kerl Den kenne ich schon Ich habe ja eine Weile bei McDonalds gearbeitet Und Da Da wirkte der auch eigentlich Wie einer der Freundlicheren und zuvorkommenderen Äh Gäste Billy bitte Tu ihm nichts Das ist einer von den guten Oh Sie scheint sich anzufreunden Das ist ja niedlich Das ist ja Äh Ja Genau Genau Billy Aber Darf ich kurz Bitte geh nicht Ins Wasser mit Das ist gefährlich Du kannst nicht Schwimmen Geh nicht Haben wir das verstanden Nicht ins Wasser Billy Nein 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 Billy Billy Ich warne dich Billy Nein Nein Ähm Okay Okay Ich schätze mal Wir verlassen diesen verfluchten Ort Wir gehen wieder zurück zu unserer ganz normalen Wohnung Feierlöser Und einen ganz normalen Mitbewohnern Die sich alle drei um im Wasser ertränken Der Selbst der Typ Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen Selbst der Typ hier vorne im Kasten drin Der hat rote Augen Was ist denn das Der hat rote Augen Jeder zweite hier Ist einfach Irgendeine Art von Mutanten Mensch Tier Gemischt Was sich denkt Ich kommuniziere nur noch in Lauten Und Nein Ich würde tatsächlich mit dem Ist der Fahrstuhl wieder da Ne Der ist nicht wieder da Das heißt wir können nicht Fahrstuhl fahren Erst ging nur der eine Stock nicht Jetzt ist der ganze Fahrstuhl weg Es ist Ah So Zum Glück wohne ich nur im obersten Stock Der geht das Jahre dann auch Schön und auch fix Um Um hoch zu kommen So Ich glaube hier bin ich richtig Bin ich hier richtig Warte Bitte sagt mir Dass ich hier im richtigen Stock bin Ich kann nicht noch hoch Ich glaube ich kann noch hoch Ich dachte schon Mein Zimmer ist weg Nein Mein Zimmer ist noch da Aber dafür ist hier Der ganz normale Tägliche Austausch Eines Kuh Villagers Mit einem Tintenfisch Okay Alles klar Und die Die benutzen Den Den Fahrstuhl Okay Dann Wie gesagt wir gehen einfach in die Wohnung Wir legen uns ins Bett Vielleicht ist es alles nur ein fieser Albtraum Vielleicht ist Billy nie verschwunden Ich habe ab dem Punkt wo Billy gesagt hat Er ist ein Er ist ein Alien Und er ist eigentlich ein Kämpfer der siebten Galaxis Da hat er Es war alles nur geträumt Und es war alles nur ein fieser Albtraum Und ich lege mich jetzt hin Ich höre schon wieder jemand bei mir duschen Wenn das wieder Detlef ist Dann Detlef Da kriege ich die Krise Das ist meine Wohnung Das ist nicht deine Wohnung Bitte geh Detlef Nein Das ist nicht mein Detlef Wir müssen den ernsten Hier Detlef Wir führen jetzt mal ein ernstes Gespräch Über die Privatsphäre Ja Ich habe Privatsphäre Und du hast Privatsphäre Der schwebte Kopf hier hat Privatsphäre Genau Und Das ist Jeder möchte Dass seine Privatsphäre nicht verletzt wird Alles klar Ich lege mich hin Wisst ihr was Ich lege mich hin Es wird mir hier zu bunt Ich mache hier meine Tür zu Ich verschließe die von innen Dann kommt keiner von den Verrückten mehr rein Dann lege ich mich hin Ich lege meine Ich lege die Shotgun Die ich hier neu bekommen habe Unter mein Bett Oder hier noch besser In den Tresor rein Und dann Dann passiert mir auch nichts mehr Und dann sind wir auf der sicheren Seite So Wer klopft den? Der Orca klopft Hi Herr Orca Ja Genau 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 Sie suchen ihren Freund Den habe ich da neulich Vor dem Haus rumlaufen sehen Beim Hafen Genau Da würde ich einfach dann wieder Da sind sie Haben sie sich im Haus geirrt Ja Wiedersehen auch Ja Das ist schockierend Es ist Mir fällt kein besseres Wort ein Ja Billy du bist auch wieder da Wollen wir dein Gehege mal wieder umbauen Also willst du mit dem Klavier zusammen wohnen? Bist du musikalisch talentiert? Möchtest du hier den Durchbruch zu Detlefs Wohnung scheinbar weiterhin behalten? Oder Was ist Was findest du denn schön? Wisst ihr was? Ich mache hier auch einfach zu Ich lege mich jetzt schlafen Mir reicht es Ich lege mich jetzt schlafen So Türe zu Ich bin in Sicherheit Da fliegt Okay Und das war es noch wieder für diese Folge Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen Schaut unbedingt bei Tops und Flo vorbei Die haben nämlich auch ganz neue Alltagsfolgen Und Phoenix Und das ist super cool Und dann Falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt Abonniert Und falls es euch gefällt Dann drückt ihr Daumen hoch Ansonsten macht's gut Tschüss Dann geht's Tschüss